Hey, was ist denn das? Stimmt ein Pokémon? Aquana oder so? Nochmal, kommt da noch was raus? Schade Ein neuer Freund Und Goldene Pilze Gelber Pilze, Entschuldigung, Gelb Neuer Roth wird vorüber Was legen die hier? Ganz schön die Sachen die sollen setzen Schauen wir mal noch rüber Ok, da sind wir hier Der Schnee schmilzt dieses Jahr schnell, mal sehen ob der Pass zu Ruses Haus frei ist Dieser Pass ist nicht voll Ok, da sind wir hier Ok, da sind wir hier Ok, da sind wir hier Ok, das ist hier Das ist hier Wir müssen bestimmt das Rechts jetzt besiegen und dann kommen wir hier durch, wenn ich jetzt Warten müsste. Kurz mal wieder speichern. Was ist das für einer? Heile dich! Die Rot können Spezialblumen reinigen, um Kenas Gesundheit wiederherzustellen. Schicke deine Rot auf sie, indem du erdrückst. Außerhalb des Kampfes wird Kenas Gesundheit automatisch wiederhergestellt. Halt. Halt! Ja! Geht doch! Geht doch! Geht doch, Geht doch! Geht doch! Geht doch, Geht doch! Geht doch, Kena! Ich weiß, was das ist! Es ist eine Forst hier! Geht doch, Kena! Ich weiß, was das ist! Es ist eine Forst hier! Geht doch, Kena! Kann er irgendwelche Tricks schlagen, Tränen freigeben? Oh, wie soll ich das da oben machen? Die Steuerung ist etwas... Ja... Schwierig... Soll ich hier hoch... Oh Gott... Ich kann die nur vom Weiden... Nein, ich würde das ja blöd gemacht... No... So... Nochmal... So... Nochmal... Das ist bestimmt diese Blumen zum Heilen, aber... Ich nehme an, ich habe volle Gesundheit... Und so ist das nicht notwendig... Okay... Ich räume mir mal weiter... Ich bin hier... Ja... Tine... Da ist etwas... Es gibt etwas in der Erde... Ich glaube, eine Forst hier kann man sich hier... Da muss glaube ich etwas nebenbei... Wir schauen uns an. Da. Ja. Die kleinen Rotkerle. Na? Ist da was drin? Ich dachte da hätte gerade was geläuchtet. So gut wie neu abgeschlossen. Aber wir haben doch mal was da. Okay. Das war's. Ich habe lange nie durch die Maske geguckt. Mensch. Heute gibt es auch nichts. Ich schaue nochmal zum Wasser. Ne. Nix. Okay. Man kann ja da hin. Aber. Nichts. Cool. Oder hat es jetzt hier was angezeigt. Achso. Das war bis die Träne. Auch meine. Hammer schon. Ich hab halt geflüchtet. Aber das war das Haus. Aber da war ich. Gesang hat nicht. Nein. Jetzt nicht mehr. Ich ziehe. Ich erzähle er 있을 Wind. Ich darf nicht. Ich liebe dich an. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, was das war. Nein, das müssen wir jetzt nicht. Okay, jetzt muss ich hier nochmal speichern. Ich weiß nicht, was das war. 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 Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ah Mist, ich wollte ja den blöden Schutzschuldmauder benutzen. Ich weiß nicht, was das war. Boah, ganz schön zu tun, ja. Boah, ganz schön zu tun. 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 Boah, ganz schön. Boah, ganz schön. Boah, ganz schön zu tun. 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 Boah, ganz schön. Boah, ganz schön zu tun. Boah, ganz schön zu tun. Ah, ob wir das wissen wollen Da oben drauf Finde Rusu, sprich mit Rusu um mehr über Taos Relinkter zu erfahren Oh, ich stehe zum Gehäune Ich schaue noch mal kurz zurück, gucken ob diese komische Barriere noch da ist War das jetzt hier noch? Ja Ne, ach, ich will mich nicht warben Okay Und das da Kann ich denn Sprintangriff schwer Drücke nach dem Barrieren um einen Wirbelangriff auszuführen Rothammer Halte und drücke R um einen Rothammer zu erzeugen der aus der Entfernung zuschlagen Das finde ich echt top Ich denke das würde ich jetzt offen machen Das mit dem Sprinten ist irgendwie doof Da musst du im mittleren Maustaste drücken Und dann noch links oder rechts die Maustaste Aber mit mittel und Zeigefinger ist irgendwie komisch Das müsste dann gehen Weil ich mit dem mittleren Maustaste weiss das mit dem Zeigefinger drückt Hm Na gut Ich mach trotzdem was mit dem Hammer Okay Okay Warte mal Geister, war jetzt auch freigeschaltet Hm 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 Okay Also das hier kommt immer noch nicht wahr Prost Gibt's hier noch weiter Gibt's hier noch weiter Ah hier ist doch was Was kann ich nicht damit machen Wieso weiss ich das nicht Das ist nochmal Ich brauche eine Die 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 Ich meine Die 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 runter geschwebt Ach Mensch Sag's doch gleich Schmengen lassen Und das Ding Schöhn teilen, meine Freunde Schöhn 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 Ich muss aber viel zuvotern für dich. Das ist ein Dickverd. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Oh, warum kann ich das alles nicht benutzen? Ich weiß nicht, was ich das nicht benutzen kann. Willkommen in der Bande, kleiner Freund. Ah, hier fangen wir da so eine Träne. Okay. Hm. Was ist der Weg von dem wir kamen? Ach so, da kommen wir oben an den Felsen, oder? Was ist der Weg? Was ist der Weg? Was ist der Weg? Komisch. Hm. Na gut. Das findet man dann in der nächsten Folge aus. Ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.